Haben irgendwer so eine Vorahnung, wenn man besiegt hat, dass er sich verwandeln will? Wow, oh wow, oh wow, der wird so muten, Roshi. Oh ja, was? Das ist ja jetzt eine Brue-Girls, oder? Das stimmt, mein alter, der Schloss. Es ist vorbei, tritt beiseite. Das ist wohl ein Ja. Wow, oh ho ho ho, die Dinge, die ich mit euch anstellen werde. Genug, du wirst fallen. Hm, na los, kommt. Das ist kein normaler Gegner, oder? Haben irgendwer so eine Vorahnung, wenn man besiegt hat, dass er sich verwandeln will? Das ist ein Ja. Ist das ein Ja. Nimm du auch mal wieder die Probe. Nein. Wow. Er will zumuten, Roshi. Der Herr der Schildkröten. Roulette-Schlag. Also die Monster, ne? Also vor allem die Boss-Monster, die sind schon sehr geil gemacht. Machen wir schon sagen. Oh, ich hätte mit Rishan heilen sollen. Highland. Ja genau, da kriegt gleich jeder aufs Maul, oder was? Äh, Kombo. Highland ist Licht. Okay. Skills. Regengeruch. Dass man wieder auf die Beine klemmt. Und irgendwann bin ich froh, dass ich beim vorherigen Level-Up Lebenspunkte gewollt habe. Oh Gott, ich mache mir fast keinen Schaden. Was meinst du? Oh, wir hätten nur Puppelkot. Man, die sehen wir bei denen gar nicht. Der hat so ein krasses Kreuz. Ja. Äh, Skills. Einfach wieder Regen-Geruch. Oh, heilendes Licht. Wenigstens heils ich gerne. Oh, das ist schon mal ein Vorteil. Oh, wir hätten Ultimativ machen können, oder? Habe ich das richtig gesehen? Oh, der Reshan kann auch. Perfekt. Und wir haben auch wieder geheilt. Darf ich es jetzt nicht brauchen? Nein, du hast doch nicht Ultimativ-Gott. Okay. Nehme ich zurück. Wow. Ganz zu wenig. Magst du das Leber? Was ist das Leber? Wernst du? Nein, du musst doch etwas blödes. Deshalb ist der Fall schon. Ich vermische es auch nichts. Das war die Fläge. Ich vermischt. Aber wenigstens macht er das immer, wenn wir unser Kombo-Folder haben dafür, dass wir uns wieder heim finden. Das ist dann doch wieder nett. Sonnenball hat doch wenigstens ein bisschen Wirkung gezeigt. Noch mal Regen hier hoch. Machen wir da auch mal Sichelbogen. Das ist nicht so gut. Nein, das wollte ich nicht. Also langsam. Du sollst doch mal für mein Engchen, oder? Äh, Kombo, heilendes Licht. Haaa. Ja. Die Popeln nehme ich mir auch noch. Jetzt mache ich ja mal Feuer unterm Arsch da. 296 Plus. Boah. Sind wir unterlevelt, oder was? Aber er hat sich wieder verändert. Ah, der hat ja so ein Auge auf den Stirn. Não, sieben. DUN 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 Achja! Hallala, wie lang geht der Kampf? Ey, ich hab meine Kombo noch nicht drin! Gibt es da auch einen Burger? Nein! Ich hätte einfach einen Burger geben sollen. Aber da war ich mal wieder zu schnell mit dem Finger. Das ist ja so. Aber zumindest... Heilendes Licht für alle. Das soll was äußern, wenn wir mal Burger brauchen. Das kommt nicht auch vor. Ich habe gerne mal wieder eine ultimative Fähigkeit. Regengeruch. Wir können es brauchen. Ötzend. Ja. Endlich. 13.000. Wow. Keuch. Keuch. Eure Körper, sie sind stark. Aber die Hallen der Illusion erwarten euch. Euer Verstand wird nicht bestehen. Okay. Äh... Speichern. Ja. Moment. Ich muss erst mal wieder... ...meine Burger machen. oder Omelettes. Wenn die jetzt noch Magiepunkte regenerieren würden, dann wäre es mega. Wer kommt jetzt? Oh. Wir rinnt. Jetzt nicht weiter. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Und 255 im Vergleich zum anderen geht ja. Lass sie weg, Seel! Okay. Eine ist schon mal weg. Und der nächste folgt zu... folgt nicht gleich. Immer noch nicht. Ach, come on. Wegen 5 Lebenspunkten. Verarsch mich nicht. So. 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 Wegen 4. So. 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 Was ist los mit dir? Hä? Da, da, da? Oh! Yakitori Garnieren gefunden! Jo, kann keine Mahlzeiten mitnehmen. Da hast du recht. So, so, so. Würden die auch noch mit so Irrwege anfangen, he? Frech. Ich glaube, da hat eine tierische Angst vor uns. Oh! Ich glaube, da hat eine gewisse Angst vor uns!